... Stuttgart. Also, jetzt sind wir dran. Es können sich bereit machen, Nikolai Greda und Peter Heinrich. Also, Sebastian, mach dein Ding. Please prepare Nikolai Greda für Japan Grain. Please prepare Nikolai Greda für Japan Grain. Sebastian Mähler. Ja, bravo. Demian Böbel. Los geht's. Sebastian. Ja. Jawohl, Sebastian. Ja, Sebastian, klasse. Ja, Sebastian, los. Sebastian, jawohl, kommt an. Raus aus der Ecke. In die Mitte, Sebastian, weg von der Ecke. Ja, schlagen. Raus aus der Ecke, Sebastian. Ja, klasse, schmeiß ihn raus. Jawohl. Jawohl. Ja, ich glaube, der ist noch drei Minuten. Macht nichts. Klasse. Zweite Runde. Sebastian macht das nicht. Ja, Sebastian, sehr gut. Ja, Sebastian. Nicht an den Rand, bleib in der Mitte. Du bist zu oft am Rand. Jawohl, Sebastian. Ja, weiter, Sebastian. Ja, Sebastian. Jetzt. Kommt an, ja. Der Gegner ist viel schwerer als der Sebastian. Ja, sehr gut. Raus noch, Stelke. Ja, ja, gehen. Weiter, Tiger. Weg vom Rand. Also, Sebastian liegt in Führung. Zwei Runde. Und keine Dritte. Das einzige Mal, wo du schwach warst, war, wenn du mit dem Fuß angreifst. Der ist sehr schnell. Die Tiefe Kicks sind gut, aber da hat er dich schon am Rand. Ja, pass auf, dass es nicht zu tief wird. Aber lass ihn seine hohen Dinger machen und leg ihn um. Dritte Runde. Jawohl. Jawohl, Sebastian. Sehr gut. Weiter so. Ja, das ist der Gewichtsvorteil vom anderen. Ja, Sebastian. Jawohl. Jetzt drück ihn raus. Kommt an. Nicht in sechs. Ja. Weiter. Kommt an, Sebastian. Gut. Raus, der ist zu schwer für dich. Raus, der ist zu schwer. Ein, zwei, drei. Sebastian blutet ein bisschen, aber nichts anderes. Ach, Kerle. Ach, Kerle. Und weiter geht's. Sebastian hat nur ein bisschen geblutet. Jawohl, Sebastian. Druck. Druck, sehr gut. Ja, weiter. Sehr gut. Raus, dreh dich. Jawohl, gut. Und jetzt. Ja, super. Noch 30. Noch 30. Linker Haken. Ruh. Raus aus der Ecke. Jawohl. Jawohl. Weiter. Weiter. Gute Treffer. Weiter, Sebastian. Drück in die Mitte. In die Mitte. Hände hoch. Hände hoch. Weg vom Rand. Weg vom Rand. Weg von der Ecke. Kommt mehr nicht. Sebastian los. Ja. 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 Applaus Jawohl, und freundschaftliche, die kennen sich schon, die zwei. Der nächste kam, Nikolai Rega von Karl Kirchner Toner.